Jetzt geht's zur Sache! Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, bereit? Eins, zwei, drei, vier Die Jungs-Jurie-Krenzen-Haus Schläega-Kreifen-Jurie-Kreifen-Jurie-Kreifen-Jurie-Kleifen-Jurie-Kreifen-Jurie-Kream-Jurie-Kreifen-Jurie-Kreifen-Jurie-Kreifen-Jurie-Kreifen-Jurie-Kreifen-Jurie-Kreifen-Jurie Heute wollen die richtig durchdrehen, wollen nicht nach Hause gehen Oh Mann. Xabas hat mal wieder nen fetten Tanzbeat gemacht. Der geht mal wieder ordentlich steil. So. Dann wollen wir doch mal sehen, ob ich darauf nicht einen kleinen Text kitten kann. Los geht's. Wir gehennes frei an Tanzen auf. Die Sh Hungkhawas legt heut auf. Heute wollen wir richtig durchdrehen. Wir wollen nicht nach Hause gehen. Wir gehennes frei an Tanzen auf. Die Shا� departments legt heut auf. Heute wollen wir richtig durchdrehen. Wir wollen nicht nach Hause gehen. Wir gehennes frei an Tanzen auf. Die Sh pigs nit. Heute wollen wir richtig durchdrehen, wollen nicht nach Hause gehen Wir gehen frei und tanzen auf, die Chicksalversweg heute auf Heute wollen wir richtig durchdrehen, also lass uns endlich abgehen Wir gehen frei und tanzen auf, die Chicksalversweg heute auf Heute wollen wir richtig durchdrehen, wollen nicht nach Hause gehen Wir gehen frei und tanzen auf, die Chicksalversweg heute auf Heute wollen wir richtig durchdrehen, wollen nicht nach Hause gehen Alter, was ist das denn bitte für eine geile Party? Diego, hier sind ziemlich viele Leute, oder? Du sagst es! Alle wichtigen Leute sind da Lord Hagen, die Wassermardier und sogar Heilwurst am Start Chicksalversweg mit auf, heute wollen wir richtig durchdrehen, wollen nicht nach Hause gehen Wir gehen frei und tanzen auf, die Chicksalversweg heute auf Heute wollen wir richtig durchdrehen, 1, 2, 3, 4 Abgehen! Wir gehen frei und tanzen auf, die Chicksalversweg heute auf Heute wollen wir richtig durchdrehen, wollen nicht nach Hause gehen Wir gehen frei und tanzen auf, die Chicksalversweg heute auf Heute wollen wir richtig durchdrehen, wollen nicht nach Hause gehen Bis zum nächsten Mal.